massenhaft daten und medien auf ihren mobil geräten festplatten und der cloud digitales chaos im kopf keine sorge drive span löst ihr problem konsolidieren sie einfach alle ihre daten vom mobil gerät der festplatte und cloud auf einen zentralen speicherort keine duplikate kein aufwand genießen sie einfach mehr speicherplatz und weniger digitales chaos möchten sie schnell und einfach coole videos aus videoclips und fotos erstellen kein problem mit one click video story und dem neuen neuro live themes pro ziehen sie einfach ihre fotos und videos in die dropzone eine professionelle filmvorlage wird automatisch angewendet bereit mit ihren liebsten geteilt zu werden wo finde ich welche funktion was steckt hinter diesem feature sie wollen ihr projekt besser machen sind es aber leid durch seitenlange dokumentationen zu blättern verwenden sie einfach den live guide in nero know how plus backups von fotos video und musik zu meinem cloud service kann ich auch über meinen cloud speicher wiederherstellen sichern sie einfach alle ihre fotos videos musik und daten auf ihren persönlichen cloud service und stellen sie diese mit nero back it up wieder her und was ist sonst noch neu in nero platinum 2019 mal schauen jetzt ganz einfach in der nero suite zurechtfinden mit dem brandneuen animierten nero start ähnliche bilder in hdr aufnahmen serienaufnahmen bildformaten orten und anderen jetzt ganz einfach finden und bereinigen jetzt auch auf one drive dateien in nero media home zugreifen und mit files on demand nur das herunterladen was sie wirklich brauchen hunderte von videodateien in diversen formaten einfach in disk kompatible formate umwandeln und jede menge zeit sparen beim brennen von videodisks nutzen sie auch die großartigen mobilen nero apps in verbindung mit ihrer nero suite jetzt einfach ausprobieren mit nero platinum 2019